Ich lerne Deutsch. Nummer 13482 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das ist keine Behinderung. Es ist eine Herausforderung. Wie kann man das Gedächtnis unterstützen, um sich Namen besser merken zu können? Sie hat weniger als erwartet verdient. Sie hat weniger als erwartet verdient. Betont, dass das tatsächliche Einkommen unter dem erwarteten Betrag liegt. Die ermutigendsten Worte sind die, die aus einem aufrichtigen Herzen kommen. Die ermutigendsten Worte sind die, die aus einem aufrichtigen Herzen kommen. Am Sonntag gehen wir auf den Flohmarkt. Dort suchen wir nach Schätzen. Am Sonntag gehen wir auf den Flohmarkt. Dort suchen wir nach Schätzen. Jetzt ist die richtige Erntezeit für Gurken. Jetzt ist die richtige Erntezeit für Gurken. Der Ertrag auf unseren Feldern ist gut. Ehrlich gesagt finde ich deinen Vorschlag sehr vernünftig. Ehrlich gesagt finde ich deinen Vorschlag sehr vernünftig. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. auch einig. Vielen Dank.